Das ist ein Ort sein? Ich lebe gerne mit Marcel. Ich mache da ein paar Reisen voll zum Westfüchstück. Was geht's? Ich weiß nicht. Was ist das Ascheblut? Die Wasser sind alle im Klan von der Wunde im Sand abhängig. Die Hauptstadt und auch das abgelegene Dorf. Aber die letzte Lieferung kam vor vielen Wochen. Wir haben kaum noch Vorräte. Und Sie kaum noch Wasser. Wenn ich dort lang komme, sehe ich nach dem Dorf. Und nach dem Problem dort. Ich danke dir. Geh nach Norden, dort hin wo die Wüste auf die Berge trifft. Das ist Blutzeichen. Frag dort nach Kentok oder Natika. Die wissen was los ist. Okay. Ähm. Ähm. Hier ist noch eine weitere Quest. Oh nein. Vielleicht muss ich in der Gegend sein. Hier oben. Da könnte man... Wir kommen sonst noch ein paar Reven. Ja, das ist ganz normal. Hier oben. Ich habe jetzt noch etwas angeschaut. Da ist wirklich ein paar Reven. Hier oben ist auf der an. Nein. Ich habe doch ein paar Reven. Ich habe hier oben ja jetzt ebenso geacht. Vögel sind schlechte Gesprächspartner. Das ist richtig. Wie geht's dir, Aloy? Besser als dir, denke ich. Wenigstens spreche ich nicht mit Tieren. Was ist los? Honey ist gestern mit dem hier im Schnabel gelandet. Ein Kabel, mit dem Tenaktkinder ihre Übungsschwerter tragen. Eine von den Sachen, die Kinder nicht verlieren, ist seitdem, es passiert etwas Schlimmes. Ich hab mich umgehört. Und ein Kind ist verschwunden. Wurde seit vorgestern nicht gesehen. Suchtrupps haben nichts gefunden. Verdammt! Ich hab keine Lust, einen meiner Leute zu verlieren. Vor allem kein Kind. Zeig mir das Ding mal. Hier ist etwas Quarz drauf. Vermutlich Sand, etwas Schmutz. Und Lehm, der leuchtet rot. Sand, Schmutz und roter Lehm? An einem Ort findet man alle drei. Südlich der Siedlung. Kannst du mich da treffen und mit mir nachsehen? Und vielleicht ein Relikt einsetzen? So wie die Dinge liegen, kann ich niemand anderem vertrauen. Ich komme, sobald ich kann. Ich kann mich immer auf dich verlassen. Mhm. Ich gucke schön, weil es ist... Was ist der verdammte Ort? Ja, Level 30. Komm, das machen wir gerade. Was ist der verdammte Ort? Ja, Level 30. Komm, das machen wir gerade. Wir Amy, das machen wir gerade. Okay, wir haben hier... Ich bin sofort an einer Kölcke. Ich bin sofort an einer Köln zu ruhen. Beim Beinen ist er einfach an ein paar Köln zu ruhen. Aber ich werde es nicht mehr bei dir nehmen. Das könnte man sich zu ruhen. Aber ich werde es nicht mehr wechseln. Okay. Gut, dass du hier bist, Aloy. So, wir sind da. Sand, Schmutz, roter Lehm. Okay. So, wie du es am Kabel des Kindes sahst. Kannst du dein Relikt einsetzen? Sehen, ob er hier war? Fang bei Karni an. Wenn sie anfängt so zu krächzen, dann hat sie meistens etwas. Okay, mach ich. Kannst du mit dem Relikt das Gebiet absuchen? Okay. 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 Hm. Wer das Töten nur zu mehr Töten führt. Das war schon immer der Weg der Wüste. Immer. Ja? Soll es so sein? Ah. Hallo? Ist da jemand? Ich brauche Hilfe! Hörst du das? Karni wieder zur Rettung! Ich will hier nicht sterben! Ich glaube das Kind ist in dem alten Wrack. Hilfe! Da bist du ja. Du bist sicher. Nein! Da draußen sind Maschinen! Okay. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Kaito. Oh no! Eins von diesen Dingern! Aufgepasst! Nein, nicht los! Du bist nicht wie es. N Captionressor auf! lesser sind. Für mich der Oh nein. Ja, ich kann nicht mehr. Das ist okay. Ja. Ja. Er heilt's toch? Eina, ze te farelen het. Boah! Ja weet het wel. Was ist das? Was ist das? Das Leer der Hacker. Äh, aaaah. Ja, fein. Komm schon rein. Komm, komm, komm. Danke schön. Ja, das ist frei, da, 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 da. Was ist das? 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Hey. wei, oh wei, wir werden da verkleinern bei Schoss jetzt ist der Hungerbruch der eigentlich oh du blöder Scheissvogel da nervig nein nein die das ist Die Mbz! Oh, super nice! Oh, ich bin zu sehen, werfeuert? Ja, Leute, du hast auch bläck. Ja, super leicht. Und, was hättest du, Serity, Erlang? Oh, lass mich doch, lass mich doch einfach den Kampf fortführen. Das ist so ein nerviges Ding. Das ist so ein nerviges Ding. Das ist so ein nerviges Ding. Ich habe einen Minipumpen, aber ich habe es nicht gesehen, ob ich es nicht gesehen habe. Home, 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 oh ok now. Home. Hmmmm. Donner Kippe erledigt. Jetzt noch der Schlumpfvogel. So, er nimmt einen Dettung hinter der Tests hoch. Nein! Hä? Kann er das Ding durchlaufen oder was? Boah. Ja, bleib doch mal gleich liegen, weisst du. Dass er noch mehr Power nimmt. Und laufen, 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 laufen. Komm, wo du bist. Oh, das ist jetzt mit der Ding. Oh, das ist jetzt mit der Ding. Boah, bin ich rein. Ja, weiss, das ist meine Waffe. So, es läuft. Schieße! Schieße, Alloy! Komm! Wie ist er denn? Na ja. Wie ist er denn? Das ist meine Gingaufer. Ja. Oh, das ist nicht die Gingaufer. Ich bin ich so toll. Ich bin ich bin ich nicht. Komm her, Haldi! He, Lai! Das sind für mich, äh... ...ehm... ...und... 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 ...ja, klar, aber nicht nur... ...ja, so kann ja nicht anders sein... ...ich weiss nicht noch, wie ich bin... ...und... 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 ...die hat sich gehofft... ...oder... ...nach kenne ich aber mal Steufwände... ...und... 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 ...de... ...sprengfalle... und die hat immer ja Nein, nicht das, die erste Steibe-Uhr. Ich verstehe mich nicht, die Pompon kann nichts lösen. Nein, das ist einfach aber auch. Ich verstehe mich nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Du, ein Schlag? Nein. Hey, nicht zu taupern. Nimm das, gehst du. Das stimmt, das ist noch wenig. Ah, Glück. Der Schmerz ist da. 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 Oh nein. Der Schmerz ist da. Ich könnte aber so mit dem Tor hinpacken. Ich muss das aktivieren. Der Schmerz ist da. Ich muss die Power nicht nähe. Ich muss die Power nicht mehr. Komm her. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Zehn führen meinen Schuss! Ey! Pies! Boah, woher der Bock geschlagen? Ich meine, den Unfall haben wir besiegt. Vergessen wir nicht! Gut gemacht, Aloy! Aber es war so ein Kampf! Nicht mehr, gar nicht mehr! Boah! Da wo die Hälfte fangen! Und jetzt... Ich sollte nach Yara und dem Kind sehen. Ich werde nach Yara zu 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 sehen. Jetzt ist alles gut. Was ist passiert? Ich wollte nur auf die Jagd gehen. Und hab mich verirrt. Und dann jagten mich Maschinen und... Ich werde nach Yara zu sehen. . Und ich werde nach Yara zu sehen. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Was das angeht. Nimm dies. Du verdienst es. Du hast das Kind gefunden. Also, du und Kani. Welch ein Team? Mach's gut, Yara. Du genauso. Okay, jetzt haben wir den Auftrag abgeschlossen. Die Last der Verantwortung. Es gibt zwei Fertigkeitspunkte und 6500 X oder E-Tag-Punkt. Die Gesichtsvermalung ist scharmütziger. Ah, da gibt es noch drei Fertigkeitspunkte. Und noch die Gesundheit. Dann beenden ich ein Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Der Kohlkampf hier, der relativ knapp war. Da hat mir der Kohlkampf wieder gefallen. Dann lasst mir das Abo da. Tschüss zusammen.